Genau davor hatte ich dich gewarnt. Letzte Chance. Wie du willst. So weit ist es also gekommen? Wir töten einander? Ist das deine Vorstellung einer Bruderschaft? Die Bruderschaft steht zusammen. Für jene, die sich darüber erheben wollen, ist kein Platz. Du denkst, ich erhebe mich darüber? Wach auf, Basim. Du gehst im Wort des Ordens. Wer erläutert, die du einst fuhrst, zu bekämpfen. Du erfüllst ihre Ziele. Und gefährdest genau das, was du verteidigen wolltest. Den freien Willen. Und mein Wille? Wie kann ich für etwas einstehen, das man mir nicht zugestimmt? Euer Credo ist fehlerhaft. Roshans Schulter ist ungeschützt. Ihre Schulter. Lätsch der Chance. Lätsch der Chance. Lätsch der Chance. Ich vertraute dir. Ich opferte euch alles. Und du logst mich an. Du wusstest es. Seit der Nacht, in der wir aus El Anbar flohen, kanntest du meine Wahrheit. Ich fürchtete nur ihre Bedeutung. Doch ich ließ meine Sorge. Geht auf. Geht auf. Basim. Lass sie. Komm schon. Ich habe das nicht gewollt. Aber ich muss es wissen. Ich will dich nicht an das verlieren, was du dort drin finden magst. Du musst nicht in die Vergangenheit blicken, um zu wissen, wer du bist. Wer du sein kannst. Du hast die Wahl, Basim. Vertraue mir. Das wollte ich. Doch du hielt es für das Beste, mich zu kontrollieren. Genau wie unsere Feinde. Basim. Hier drüben. Ich. Ich weiß, was das ist. Der Schlüssel. Der Schlüssel. Der Schlüssel. Der Schlüssel. Sie wird uns folgen. Nein, das kann sie nicht. Du hast es selbst gesehen. Du hast es selbst gesehen.